Wie schön, besonders in der Stadt, wenn einer einen Garten hat. Das bringt auch der gestressten Mauserholung. Geradewegs frei Haus. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Immer wenn er schnell wieder er erzeugt, er erzeugt. No, no, srce. Wenn er wieder erzeugt, dann schiefst du dich! Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Willst du ein Bett? Geradeaus ist alles komplett. Nach dieser aufgeregten Jagd ist nun ein Schläfchen angesagt. Denn Ruhe muss ja auch mal sein. Vorausgesetzt Tom sieht das ein. Nun aber naht mit festen Schritten. Und lässt sich nicht erst lange bitten, die schnelle Truppe Nimmersatt, die immer sehr viel Hunger hat. Der scharfe Blick, dem nichts entgeht, ein lohnendes Objekt erspäht. Dem wird zum Klange der Trompeten die Truppe gleich mal näher treten. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Der Tom mit seinen üblen Werken, das will ich dankbar hier vermerken, sitzt in der wohlverdienten Klemme. Ich sitze in einer Butterbämme. Ich sitze in einer Butterbämme. Das war's für heute. Das war's für heute. Der Tom mit Five-νο-Roll ist die Luftgeist. Der Tom mit den unrestkürzen kann ich nicht. Der Tom mit den eyden, der sich nicht immer wiederkennen kann. Der Tom mit den distinguen Typen geht's. Er ist ein Doppel. Der Tom mit den Typen kann die Augen erspäht. A-T-I-L-T-A-T-I-R-E-T-I-R-O A-T-I-A-T-I-T-A-L-E-T-A-T-A-T-U-L-A K.O.-Tropfen, das ist der Grund. Das ist ja wohl ein dicker Hund. Dann nichts wie weg, jetzt geht es rund. Mein letzter Wille, meine Lieblingskater Turmvermache, eine heiße Cremetorte, gib sie mir! Was? Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020